Hallo, neben mir steht der Karsten und neben mir steht der Holger. Zusammen sind wir die Gitarristen der Walkertones und wir zeigen euch heute die zwei wichtigsten Grooves, die drei wichtigsten Grooves der Walkertones. Und wir fangen an mit Umtschack 1. 1, 2, 3, 4. So, nachdem das mit Umtschack 1 so wunderbar geklappt hat, machen wir weiter mit Umtschack 2. Ein wenig schneller, oder? Allerdings. 1, 2, 3, 4. Und zu guter Letzt haben wir noch für euch Umtschack Nummero 3. 1, 2, 3, 4. So, jetzt habt ihr die zwei wichtigsten Grooves der Walkertones kennengelernt. Ohne Melodie ist das ein bisschen langweilig, deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen, den Ralf, unseren Geiger. Und wir spielen für euch Umtschack Nummero 1. Hat er gut gemacht, oder? In seinen Möglichkeiten, ja. Natürlich. Es folgt Umtschack Nummero 2. 1, 2, 3, 4. Also ein bisschen was kann er. Er hat's drauf. Und weil das so schön war, spielen wir jetzt Umtschack Nummero? 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Untertitelung des ZDF, 2020